Jagdrecht Teil 1, die Grundlagen Jagdrecht klingt für viele nach einem schwierigen Fach, ist es aber eigentlich gar nicht. Wir gehen einfach einmal komplett mit euch durchs Jagdrecht durch. Los geht's mit dem Begriff Jagdrecht. Der hat zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite meinen wir damit alle rechtlichen Bestimmungen zur Jagd, also das Bundesjagdgesetz und die Landesjagdgesetze und natürlich die zugehörigen Verordnungen. Andererseits meinen wir mit Jagdrecht auch unsere Berechtigung, die Jagd ausüben zu dürfen. Was diese Berechtigung ist, steht im Bundesjagdgesetz ganz vorne im ersten Paragrafen. Das Jagdrecht ist die ausschließliche Befugnis, auf einem bestimmten Gebiet wild lebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen, zu hegen, auf sie die Jagd auszuüben und sie sich anzueignen. Mit dem Jagdrecht ist die Pflicht zur Hege verbunden. Okay, aber was ist damit gemeint? Was das bestimmte Gebiet angeht, schauen wir uns im nächsten Video an, also im Jagdrecht Teil 2. Da geht's dann darum, wie das Jagdrecht mit Grund und Boden zusammenhängt und welche Arten von Jagdbezirken es gibt. Was wild lebend bedeutet, ist klar. Gatterwild gehört auf jeden Fall nicht dazu. Auch nicht, wenn es aus dem Gatter flüchtet. Es hat dann nämlich weiterhin einen Eigentümer und ist halt nicht herrenlos oder wild lebend. Nur wenn dieser Eigentümer den Flüchtling nicht verfolgt, um ihn einzufangen, oder erst wenn er die Verfolgung aufgibt oder sie einfach aussichtslos geworden ist, dann wird es herrenlos und wild lebend und fällt unter das Jagdrecht. Welche Arten dem Jagdrecht unterliegen, regelt der 2. Paragraf im Bundesjagdgesetz. Dort gibt es ein paar Vorzeigearten, die ganz klar zur Jagd gehören. Beim Haarwild zum Beispiel das Rotwild, Dammwild, Sika-Wild und Rehwild. Aber auch Gamswild, Steinwild und Muffelwild. Und natürlich das Schwarzwild. Und der Feldhase, der Schneehase und auch das Wildkaninchen. Oder Fuchs, Dachs, Steinmarder und Baummarder. Und auch Iltis, Hermelin und Mauswiesel. Es gibt aber auch Arten, bei denen vielleicht nicht jedem klar ist, dass sie unter das Jagdrecht fallen. Wie wäre es mit Wiesent und Elchwild, Wildkatze und Luchs, Murmeltier, Fischotter und sogar der Seehund. Das liegt vielleicht einfach daran, dass sie keine Jagdzeit haben. Trotzdem fallen sie unter das Jagdrecht. Und neben dem, was im Bundesjagdgesetz steht, können die Bundesländer noch weitere Arten ins Jagdrecht holen. Waschbär- und Marderhunze dafür ein gutes Beispiel. Die wurden von allen Bundesländern ins Jagdrecht geholt. Andersrum kann ein Bundesland aber auch bestimmen, dass seine Art vor Ort nicht unter das Jagdrecht fällt, auch wenn sie im Bundesjagdgesetz steht. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Hier fallen Gamswild, Steinwild, Murmeltier und Schneehase nicht unter das Jagdrecht. Mal ganz abgesehen davon, dass es diese Arten dort wahrscheinlich auch gar nicht gibt. Ganz allgemein könnt ihr euch an dieser Stelle schon mal Folgendes merken. Die einzelnen Bundesländer dürfen Landesjagdgesetze erlassen, die vom Bundesjagdgesetz abweichen. Außer beim Thema Jagdschein. Da gilt immer das Bundesrecht. Jetzt schauen wir uns natürlich auch das Federwild an. Auch hier gibt es wieder Vorzeigearten, die ganz klar unter das Jagdrecht fallen. Zum Beispiel Rebhuhn, Fasan und Wachtel. Oder Auerwild, Birkwild, Rackelwild und Haselwild. Oder die Waldschnäpfe. Und natürlich auch die Wildtauben, die Wildgänse, unsere Wildenten und die Säger. Und auch beim Federwild gibt es wieder ein paar Arten, die vielleicht nicht jeder mit der Jagd verbindet, die aber trotzdem unter das Jagdrecht fallen. Zum Beispiel das Alpenschneehuhn und der Wildruthahn. Oder Möwen, Höckerschwan, Blesshuhn, Haubentaucher und Graureiher. Aber auch Falten, Greife, Großtrappe und Kollgrabe. Und genauso wie beim Haarwild können die Bundesländer auch beim Federwild zusätzliche Arten ins Jagdrecht holen. Zum Beispiel die Nilgans. Im Bundesjagdgesetz steht die nicht drin, aber in fast allen Bundesländern wurde sie ins Jagdrecht geholt und hat auch eine Jagdzeit bekommen. Wer nicht unter das Jagdrecht fällt, der fällt automatisch unter das Naturschutzrecht. Zum Beispiel Eulen, Kormoran, Kranich, Singschwan, Bekasine, Biber, Bär und Wolf. Wobei diese Zuordnung nicht in Stein gemeißelt ist. Der Gesetzgeber kann das ändern. Beim Wolf wird das zum Beispiel heiß diskutiert. Und in Sachsen fällt der Wolf sogar schon unter das Jagdrecht. Dabei geht es nicht unbedingt darum, der Art, die ins Jagdrecht geholt werden soll, eine Jagdzeit zu verpassen. Der Wolf ist in Sachsen zum Beispiel ganzjährig geschont. Es geht eher darum, dass die Art, egal ob mit oder ohne Jagdzeit, unter die Pflicht zur Hege fällt. Wenn eine Art unter das Naturschutzrecht fällt, dann bedeutet das übrigens nicht unbedingt, dass niemals legal auf sie geschossen werden könnte. So gibt es zum Beispiel in manchen Bundesländern Verordnungen, nach denen Jäger unter bestimmten Bedingungen Kormorane oder auch Biber erlegen dürfen. Kommen wir nochmal kurz zu den Kategorien für unsere Wildarten. Haarwild und Federwild ist eine kinderleichte Unterscheidung. Im Paragraf 2 gibt es aber noch zwei weitere Unterscheidungen. Nämlich die zwischen Schalenwild und Übrigenwild, die ist auch einfach, und die zwischen Hochwild und Niederwild. Da ist es nicht so einfach, weil man es nicht am Aussehen erkennen kann. Deswegen muss man einfach auswendig lernen, was im Gesetz steht. Nämlich, Zum Hochwild gehören Schalenwild außer Rehwild, ferner Auerwild, Steinadler und Seeadler. Alles übrige Wild gehört zum Niederwild. Jetzt ist natürlich die Frage, wofür brauche ich das? Also, die Unterscheidung zwischen Haarwild und Federwild und die zwischen Schalenwild und Übrigenwild sind wichtig, weil zum Beispiel das Nachtjagdverbot aus Paragraf 19 nur für Schalenwild, außer Schwarzwild, und für Federwild gilt. Der Paragraf 19 ist so wichtig, dass wir uns den in einem eigenen Video auch nochmal genau anschauen werden. Die Unterscheidung zwischen Hochwild und Niederwild ist auch wichtig, weil es in manchen Bundesländern zum Beispiel Unterschiede bei der Mindestpachtdauer von Hochwildrevieren auf der einen Seite und Niederwildrevieren auf der anderen Seite gibt. Und es gibt noch eine vierte wichtige Unterscheidung, die wir kennen sollten. Die steht nicht im Jagdrecht, aber im Lebensmittelrecht. Nämlich die Unterscheidung zwischen Großwild und Kleinwild. Kleinwild sind freilebendes Federwild, und freilebende Hasentiere. Und Großwild sind freilebende Landsäugetiere, außer Hasentiere. Für Großwild und Kleinwild gibt es unterschiedliche Regeln zum Versorgen, Kühlen, Zerwirken und den Verkehr bringen von Wildbrät. Kleinwild wird zum Beispiel auf 4 Grad gekühlt, Großwild auf 7 Grad. Mehr dazu findet ihr in unseren Videos zur Wildbräthygiene. Jetzt nochmal zurück zu Paragraph 1. Da haben wir uns bisher nur den ersten Absatz angeschaut. In den nächsten Absätzen wird nochmal genauer erklärt, was im ersten Absatz gemeint ist. Absatz 2 sagt was zum Ziel der Hege. Bei der Hege geht es zum einen darum, einen artenreichen und gesunden Wildbestand zu erhalten, der den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen vor Ort angepasst ist, und darum, die Lebensgrundlage des Wildes zu sichern und zu pflegen. Daraus ergibt sich, dass beispielsweise Feldhasen bei niedrigen Besätzen geschont, invasive Neozonen verstärkt bejagt und rohende Tierseuchen bekämpft werden. Bei unnatürlich hohen Beständen, die nicht an die Landeskultur angepasst sind, werden die Bestände durch entsprechende Bejagung reduziert. Biotope werden gepflegt, Wildacker werden angelegt, andere Naturnutzer werden über wünschenswertes Verhalten informiert und vieles mehr. Zum anderen geht es bei der Hege aber auch darum, Wildschäden in der Landwirtschaft, im Forst und in der Fischereiwirtschaft zu vermeiden. Zum Thema Wildschaden gibt es so viel zu erzählen, dass wir daraus für euch ein eigenes Video gemacht haben. Absatz 3 und 4 sagen etwas zur Ausübung der Jagd. Bei der Ausübung der Jagd müssen wir alle die allgemein anerkannten Grundsätze der deutschen Weitgerechtigkeit beachten. Die Weitgerechtigkeit ist ein sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff. Der umfasst neben den geschriebenen Regeln auch die ungeschriebenen Regeln und Grundsätze, solange sie allgemein anerkannt sind. Die haben also Gesetzeskraft, ohne dass sie im Gesetz stehen. Wir müssen manchmal selbst entscheiden, welches Verhalten bei der Jagd diesen Grundsätzen entspricht und welches nicht. Und wir müssen die Verantwortung dafür tragen. Am Ende ist es aber auch nicht so schwierig. Wenn du dich fragst, was Weitgerecht ist, dann musst du drei Aspekte bedenken. Nämlich erstens den Tierschutzaspekt, zum Beispiel vermeidbare Schmerzen ersparen. Zweitens den mitmenschlichen Aspekt, also das anständige Verhalten gegenüber anderen Jägern und Nichtjägern. Und drittens der Umweltaspekt. Klar ist, dass sich die Grundsätze der deutschen Weitgerechtigkeit immer weiterentwickeln werden. Zum Beispiel liefert die Wissenschaft immer neue Erkenntnisse, aber auch das Verständnis der Jagd in der Gesellschaft verändert sich mit der Zeit. Was auf jeden Fall nicht unter den unbestimmten Rechtsbegriff der Weitgerechtigkeit fällt, ist das jagdliche Brauchtum. Wenn einer dem erlegten Bock keinen letzten Bissen gewährt, dann kann man das unweitmännisch finden. Es ist aber kein Verstoß gegen die im Gesetz gemeinten Grundsätze der deutschen Weitgerechtigkeit. Außerdem wird klargestellt, was alles zur Jagdausübung gehört. Nämlich das Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen und Fangen von Wild. Die Befugnis dazu gibt nur das Jagdrecht. Es gibt kein anderes Recht, dass jemandem diese Befugnis geben kann. Das gilt auch für die Aneignung von Wild. Zum Aneignungsrecht gehört nicht nur das erlegte Wild, sondern auch krankes oder verendetes Wild, Fallwild, Abwurfstang und Eier von Federwild. Und Achtung! Wenn jemand anderes als der Jagdausübungsberechtigte ohne dessen Erlaubnis Wild nachstellt, erlegt oder fängt oder sich lebendig oder tot aneignet oder wenn er sich eine andere dem Jagdrecht unterliegende Sache aneignet, beschädigt oder zerstört, dann begeht er Jagdwilderei nach § 292 Strafgesetzbuch. Wer genau aufgepasst hat, dem ist jetzt aufgefallen, dass das Aufsuchen bei der Jagdwilderei nicht mit dazu gehört. Es ist also keine Straftat, wenn man Wild unberechtigt aufsucht. Trotzdem hat eigentlich nur der Jagdausübungsberechtigte die Befugnis dazu. Also, Aufsuchen ist noch keine Jagdwilderei, Nachstellen aber schon. Wo hört also das eine auf? Wo fängt das andere an? Jetzt wird's noch einmal kurz juristisch. Nachstellen erfasst alle Handlungen, die auf das Fangen, Erlegen oder sich Zueignen von Wild gerichtet sind, egal ob man dabei erfolgreich ist oder nicht. Also Vorsicht! Wenn man im fremden Revier auf dem Bock plattet, dann kann das schon nachstellen sein. An anderer Stelle gibt's aber Entwarnung. Wenn man mit Büchse und Co. auf den Weg ins eigene Revier ist, dabei durch ein fremdes Revier muss und einen öffentlichen Weg nutzt, dann ist das, was man da im fremden Revier macht, keine Jagdwilderei. Das Wichtigste zum Abschluss jetzt noch einmal für euch zusammengefasst. Freilebendes Wild gehört nicht dem Jäger, Er hat nur das Aneignungsrecht auf erlegtes und krankes Wild, auf Fallwild und so weiter. Gleichzeitig hat er aber immer die Pflicht, freilebendes Wild, das dem Jagdrecht unterliegt, zu hegen. Dabei hält er sich neben den Grundsätzen der deutschen Weitgerechtigkeit natürlich an alle Vorschriften aus dem Bundes- und Landesjagdrecht, wobei das Landesrecht dem Bundesrecht vorgeht. Die hat unser Video gefallen? Dann gib uns ein Like. Wir bieten dir diese Videos kostenlos an. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann bereite dich mit unserem Jagdrepetitorium mit dem Audiotrainer und den Fallstudiensammlungen auf deine Jägerprüfung vor. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere unseren Kanal. Dann erfährst du auch gleich, wenn wir ein neues Video hier hochgeladen haben. Unser Jagdrepetitorium findest du auf huntorial.de